Ja, servus Leute und herzlich willkommen zu der lang ersehnten Auflösung der Adventverlosung. Es hat mal wieder länger gedauert und wir werden euch hiermit versprechen, dass wir ab sofort besser organisiert sind und das, was wir sagen, auch halten. Das ist der Vorsatz für 2019, euch allen ein schönes neues Jahr und wir kommen zum ersten Advent. Da teilgenommen hat Dominik Klöckers, Kilian Mayer und Niklas Hofmann und es gab zu gewinnen die Parkstation. Wir haben hier einen kleinen Eimer mit den drei Kandidaten, also keine so eine geringe Chance. Und wir mischen jetzt diese Masse an Kandidaten und ziehen uns einen raus. Und gewonnen hat hier Dominik Klöckers. Herzlichen Glückwunsch, dir gehört diese Parkstation. Wir werden sie so bald wie möglich, also nächste Woche verschicken. Und dann wirst du sie Ende der Woche oder Anfang der folgenden Woche erhalten. So, kommen wir zum zweiten Advent. Dort haben etwas mehr mitgemacht und zwar neun. Der Niklas Hofmann, Modellbahn JP, Sniff, Silvester Extreme, MC Let's Plays & More, Velaro TV, Easy Place 001, Airport Sky und Turtle Power. Zu gewinnen gab es die Herpa C Klasse und wir haben hier das gleiche Behältnis. Jetzt werden wir wieder mischen und werden blind ziehen. Klappe ich mal auf und gewonnen hat Silvester Extreme. Herzlichen Glückwunsch, dir gehört ab sofort die schöne C Klasse. Bei dir gilt genau das gleiche wie bei allen anderen. Wir werden nämlich die Pakete gleichzeitig verschicken, wenn sich alle dementsprechend melden. Ja, und dann kommen wir jetzt zum dritten Advent. Ja, beim dritten Advent hat sich die Teilnehmerzahl ziemlich gesteigert auf 27. Und zwar haben mitgemacht der BIM MOBA TV, Schien Ebbauer, Bahn in Ostbayern, Benjamin Leibold, Mr. Gamerboy, Fright, Blume Rot, Dietmar Schramm, Regionalexpress5, Doppelpunkt RE5, Jan Markus Schratt, Bauch 76, Pyrokit, RC Battleship, Holger Ohlwein, Thorsten Müller, MC, Let's Plays & More, Velaro TV, Lucky 001, FAM CZW, Lukas Martin Hobbys, Jennifer, Anthem B, Maurice Kempf, Chris Bunte Welt, was du willst, Matthias Topel. Und zu gewinnen gab es diesen Knickkesselwagen in Silber glänzend von Modellbahn Union. Hier wieder unsere Behälter. Und wir mischen wieder und ziehen mal wieder blind. Ich klappe aus und gewonnen hat Bauch 76. Warum auch immer dieser Name, aber du hast gewonnen. Die gehört dieser Knickkesselwagen und viel Spaß damit. Ja, wir sind beim 4. Advent angekommen und zwar ist unsere Teilnehmerzahl gesunken auf 12 Teilnehmer. Der Bauch 76 ist nicht mehr dabei, da er schon gewonnen hat. Mitgemacht haben BIM, MOBA TV, Modellbahnjunge, P-Mikro, Mr. Gamerboy, Velaro TV, V-Vox, Tor 72 German, Lucky 001, Bahnen in Ostbayern, Niklas Hofmann, MC Let's Plays and More und Lukas Martin Hobbys. Wir fangen mit dem kleinen Paket an. Wir haben euch ja gesagt, es gibt zwei Pakete und angefangen wird mit dem kleinen Paket. Wir haben einmal zwei Bahnsteigleuchten von Fiesmann. Haben wir uns ein paar modernere rausgesucht und dazu von Herper ein Bausatz von einem alten 5er BMW. So, dann schütteln wir wieder unseren Lostopf. Greifen rein und gewonnen hat P-Mikro. So, herzlichen Glückwunsch. Dir gehören diese zwei Laternen und der alte 5er BMW von Herper als Bausatz. So, kommen wir zum großen Paket. Die Teilnehmer bleiben hier drin. Das große Paket beinhaltet von Faller diesen Bausatz und zwar ein Getränkehandel. Hier der Inhalt zu sehen, die Maße und ja, genau, finden wir eigentlich ein Schnieke und dann losen wir den aus. Greifen rein und gewonnen hat MC Let's Plays and more. Herzlichen Glückwunsch. Dir gehört der vierte Advent und zwar dieser Getränkehandel. So, also allen Gewinnern viel Spaß mit ihren Gewinnern und wir sehen uns beim nächsten Video. Wir werden uns bei den Gewinnern melden und innerhalb von 14 Tagen haben wir glaube ich gesagt, müsst ihr euch melden und ja, also es gelten die 14 Tage, in denen müsst ihr euch gemeldet haben, ansonsten wird neu ausgelost mit den gleichen Teilnehmern. Ja, um auf dem neuesten Stand zu bleiben, da wir jetzt ein wenig organisierter sein wollen, folgt uns gerne auf Instagram und Facebook, besucht unsere Webseite und wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein, viel Spaß, ciao.